Der Lago Baldini, der Baldener See, im Essener Süden, ist der größte von sechs Ruhrstauseen mit vielen Freizeit-, Sport- und Spielmöglichkeiten. Radfahren auf alten Bahntrassen, wandern auf dem Baldeneystein, ob per Velopedes oder mit der Museumseisenbahn auf der Hespertalbahn, ob auf dem Land oder auf dem Wasserweg. Die Weiße Flotte macht's möglich, Rund- und Linienfahrten auf dem Baldeneysee sind garantiert ein unvergleichliches Event. Auf dem Wasser der Ruhr sowie auf dem Rhein-Herne-Kanal zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen, Essens beliebtester Ausflugsort, bietet sogar im Seasidebeats-Strandfeeling-Action ohne Ende, mit Events und Konzerten oder Leben im Strandbad zum Sprung ins erfrischende Nass der Ruhr ein. Spaß und Chill-Echsen garantiert, hier bei uns im Essen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020